Hallo. Jetzt sieht man dich mal leider nicht. Ist das ein Kaffee? Unten auf den kannst du nicht drauf stellen. Das ist ein guter Buller. Da stehst du sicher. Und jetzt rechts hoch mit der Hand. Und links hoch auch. Linker Fuß noch hoch. Kommst du schon ran da? Nein. Na gut, dass du so eine lange bist. Ja, schön, sauber. Guck mal kurz. Ja, sauber. Okay, jetzt kannst du springen, glaube ich. Umdrehen, Sprung. Dann pass auf, der eine Fuß. Stab. Ja, da ist es so schön. Oh, gut. Nein. Gut. Ja, gut. Und nach unten. Was ist das? Another good time. Another good time. Another good time. Okay. Gucken wir nochmal die Finger ab. Komm her, mach. Ja, das schaffst du, sieht gut aus. Jetzt musst du versuchen, an den anderen Orangenen. Ja. 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 Ja, und jetzt runter, spring. Und dann links Fuß hoch. Ja. Nicht aufs Knie, genau so. Super. Stehst du perfekt. Sehr schön, schön herseiten rum. Nehm dir theoretisch gleich mit der linken Hand das Seil. Mit der anderen, ne? Ja. Oder du greifst um, ist egal. Soll ich mich da drüben hinstellen? Ja. Ich halte dich hier, den Rest machst du alleine. Ja. Rechte Hand ist frei. Auf die Fettung, fertig, los. Ja. Ran. 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 Ja. Eieiei. Schön war da. Erstmal sicheren Halt mit den Händen. So, was sieht das aus? Alter, so kommt der Papa da nicht durch, ey. Oh mein Gott. Ja. Sehr schön.